herzlich willkommen zu einem neuen video auf dem dreamfactory kanal mein name ist janes per gaug und ich bin der wahrscheinlich nachhaltigste coach der welt und wie du mal wieder siehst habe ich dir eines hier der wahrzeichen von bali mitgebracht diesen atemberaubenden tempel in diesen wunderschönen fluss gebettet jetzt kommt doch gerade die sonne raus bei dem video das ist doch wunderschön und was habe ich dir heute noch mitgebracht ich habe dir auf jeden fall drei fähigkeiten mitgebracht die du für garantierten erfolg brauchst und dementsprechend auch ausbauen solltest kommen wir auch zur fähigkeit nummer eins ganz ganz klar was du auf dem weg zum erfolg brauchst ist die macht dein eigenes selbstbild zu bestimmen ja die programmierung deines unterbewusstseins daraus resultiert natürlich selbstvertrauen selbstbewusstsein weil du bist letzten endes der schöpfer deiner realität in der persönlichkeitsentwicklung kannst du dir das immer so schön vorstellen du bist in einem marmorblock enthalten und ja schlägst dich mit jedem tag schlag selber daraus und erschaffst dich dementsprechend selbst und ganz klar ist auch wichtig ja wo möchtest du wer möchtest du sein also persönlichkeitsentwicklung bzw die programmierung deines unterbewusstseins genau auf die dinge auf den zustand den du erreichen möchtest ist unglaublich wichtig was kann es noch sein was ist noch ganz ganz wichtig um natürlich erfolge in deinem leben zu erzielen definitiv nummero zwei verkaufen du musst lernen auch dein mindset daraus auszurichten das verkaufen was positives ist dass du damit anderen menschen hilfst ja mehrwert zu generieren und natürlich auch für dich abschlüsse erzielen das ist wenn unternehmen für eine selbständigkeit für jemand der erfolgreich sein will eine ganz ganz wichtige eigenschaft bei verkaufen ist vor allem eins und zwar überzeugen dass du leute von dir deiner idee deiner persönlichkeit oder sein vorhaben begeistern kannst überzeugen kannst dass du investoren bekommen dass du menschen bekommst die deine produkte interessant finden weil die daraus natürlich auch den mehrwert schöpfen und ja die menschen kaufen natürlich nie eine dienstleistung oder ein produkt sondern immer den nutzen den mehrwert und vor allem dich als persönlichkeit also ganz ganz wichtig auch da wieder dein selbstbild was das für eine rolle steht wie siehst du dich also an wie gibst du dich wie artikulierst du dich ist deine rhetorik aufgebaut was natürlich auch eine sehr sehr wichtige fähigkeit ist die du lernen solltest ja kommen wir dann auch noch zur dritten fähigkeit die natürlich mit den anderen hand in hand geht ist auf jeden fall die disziplin dass du die dinge die dort durchziehen musste auch wirklich durch siehst dass du dir routinen aufbaust die dich langfristig genau dahin bringen wo du möchtest natürlich ist es alles wichtig zusammen zu verbinden es gibt noch so viele mehr fähigkeiten die du auf jeden fall die aufbauen solltest die natürlich deine eloquenz deine rhetorische aussage wie ist deine körperhaltung artikulierst du dich das sind ganz ganz wichtige dinge natürlich außerdem brauchst du langfristig auf jeden fall ideen ein projekt kreativität lauter dinge aber die disziplin am ende dass du wirklich ins tun kommst wirklich diese handlungsbereitschaft hast ja vor allem auch was durchzuziehen was du anfängst was du wirklich haben möchtest ist ganz 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 wichtig und die viel bei sehr sehr vielen leuten weil ich habe auch schon mit einer vielzahl von menschen zusammengearbeitet die sich auch schon mit dem gesetz der anziehung befasst haben ist auch schon mal super haben viele menschen natürlich auch nicht aber da fehlt immer genau ein wichtiger ja schlüssel zum erfolg und das ist vor allem die handlung klar musst du dir die sachen visualisieren die du wirklich möchtest aber du in deinem körper bist doch die brücke ja dahin zu der zu dem zustand den du wirklich erreichen möchtest deswegen ja lerne verkaufen lerne dein unterbewusstsein wirklich zu programmieren wirklich diesen inneren kompass genau auf den zustand auf die persönlichkeit zu programmieren die du sein möchtest das heißt auch setz dich mit dir deinen werten deiner persönlichkeit deiner komplexität deinen zielen wünschen und träumen auseinander weil dein leben sollte natürlich dir entsprechend ausgerichtet sein nicht von deinem chef oder von irgendjemand anders es ist alles möglich du hast nach oben hin keine grenze deswegen ganz wichtig limitiere dich nicht ja arbeit an deinen negativen glaubenssätzen reiß die heraus pflanze neue positive glaubenssätze das machst du vor allem mit mindset arbeiten lernen verkaufen lernen überzeugen das ist nichts negatives wir verkaufen alle 24 sieben jederzeit wenn du mit jemandem allein redest ist das gespräch schon manipulativ weil wir alle manipulieren es ist nur unglaublich schlecht behaftet dieser begriff sowie verkaufen vor allem in deutschland aber denkt daran du musst es 24 7 deine eltern haben sich gegeneinander oder gegenseitig etwas verkaufen jeder macht das auf eine gewisse art und weise deswegen das ist einfach kommunikation kommunikation ist ganz ganz wichtig und vor allem lerne routinen aufzubauen die natürlich genau auf deine ziele auf deine träume ausgerichtet sind die du wirklich erreichen möchtest das heißt davor musst du dich unbedingt mit dir deiner persönlichkeit deinen wünschen ein ziel in deinen werten alles was dazu gehört mal auseinandergesetzt habe und wenn du das noch nicht gemacht hast dann rate ich dir wirklich von ganzem herzen ich habe ein hammer mäßiges coaching dafür entworfen und zwar das successful mastermind coaching wo du all diese fähigkeiten natürlich mitnimmst die ein mehr die andere weniger verkaufen ist da jetzt nicht so im großen fokus aber vor allem die programmierung deines unterbewusstseins wie du disziplin aufbaust wie du herausfindest hast du wirklich vom leben willst und vor allem wie du das bekommst weil der schlüssel wirklich der schlüssel zu deiner traum realität zu allem was du hast liegt in der macht deiner gedanken in deinem unterbewusstsein weil wenn du hier ansetzt und dich von innen heraus veränderst verändert sich automatisch auch deine ganze außenwelt und dementsprechend trage dich doch jetzt einfach mal zu einer kostenlosen strategieberatung ein und ich verspreche dir du wirst es nicht bereuen du wirst dann noch mal so so viel mehr content und mehrwert für dich auf deinem weg mitbekommen und dementsprechend freue ich mich dich am nächsten special spot begrüßen zu dürfen und in der hinsicht we change